Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja und das tun wir dann natürlich auch gleich wie gewohnt und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Autismus und Strukturen. Wir wissen ja, dass autistische Menschen eine sehr, sehr hohe Tendenz haben, Strukturen gut zu finden. Also wir reden über strukturierte Tagesabläufe zum Beispiel, die finden autistische Menschen ja ziemlich gut, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Rituale und Routinen sind für autistische Menschen eine ziemlich gute Sache. So und welchen Hintergrund hat das Ganze? Wir müssen einmal zurückdenken an die sogenannten Kernsymptomatikbereiche oder die Kernauffälligkeitsbereiche und dort fällt uns dann ja nochmal ein, dass wir einfach immer folgende Kernsymptomatikbereiche haben, nämlich die Auffälligkeiten in der Kommunikation und in der sozialen Interaktion und aber auch die sogenannten Stereotypen, sich wiederholenden oder repetitiven Verhaltensweisen, je nachdem wie man das nennen möchte. Und letzterer Bereich ist dann der, in dem so diese Strukturverliebtheit und die Tendenz, Routinen und so etwas gut zu finden, beheimatet ist. Und wir wissen ja über Stereotypien folgendes, dass die dafür da sind, eine gewisse Sicherheit in das Leben autistischer Menschen zu bringen. Das bedeutet schon mal im Vorfeld das Leben so zu strukturieren, dass es nicht so viele Irritationen gibt in Bezug auf Zeit und Raum zum Beispiel. Und auf der anderen Seite geht es darum, Erregungszustände zu regulieren. Das bedeutet, wenn zum Beispiel eine Wahrnehmungsüberforderung ansteht oder wenn es vielleicht auch eine Wahrnehmungsunterforderung gibt, dann regulieren autistische Menschen sich in der Regel über die sogenannten Stereotypien. So und warum sind jetzt Strukturen so wichtig? Ganz einfach, diese geben Sicherheit und ganz wichtig ist, dass eine Tagesstruktur nachvollziehbar ist. Und dass sie vorausschaubar ist, also einmal ganz klar aufweist, was passiert als nächstes, als übernächstes, als überübernächstes. Und da sind ganz wichtige Punkte, dass man sich dann auch verlässlich daran ausrichtet. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel wir in einen Kontext gehen wie Kita, Schule oder ähnliches, wenn in der Kita Vorgaben gemacht werden, das ist unser Plan und das passiert hier in Reihenfolge, dann ist es sinnvoll, sich auch dran zu halten. Sollte das zu oft nicht getan werden, dann sind wir wieder in dieser Problematik, die wir ja auch schon besprochen haben. Dann kann es zu einem Overload kommen und infolgedessen zu einem Meltdown und vielleicht sogar zu einem Shutdown. Das bedeutet, Strukturen sind wichtig und sie müssen vorhersehbar sein. Also das heißt, der Tag muss dadurch strukturiert sein. Und auch bestimmte Abläufe, wie zum Beispiel Arbeitsabläufe oder sowas, kann man sehr gut durch Strukturpläne organisieren. Und auch diese haben dann eine gewisse Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit. Und das ist für autistische Menschen ganz wichtig. Die wichtige Frage ist jetzt auch, wie gelingt es denn, autistischen Menschen diese Strukturen zu erschaffen? Das können sie in der Regel tatsächlich ganz gut. Und autistische Menschen neigen dazu, sobald sie mit neuen Komplexen und Themenbereichen befasst werden oder sich damit befassen müssen, fangen sie an, sich hierfür gewisse Strukturen, Rituale, Reihenfolgen zu überlegen, damit es für sie alles ein bisschen nachvollziehbar und verlässlicher ist. Das Gleiche kann man übrigens auch machen mit Kindern oder mit autistischen Menschen, die vielleicht auch kognitive Einschränkungen haben oder eine geistige Behinderung. Da kann man von außen arbeiten. Das bedeutet, die Strukturen können dann in Form eines Strukturplanes oder Stundenplanes oder Ablaufplanes von außen vorgegeben werden. Und das beruhigt die betroffenen Menschen tatsächlich genauso, als würden sie diese Routinen selber erschaffen. Eine ganz große, elementare Frage ist natürlich, wozu das Ganze? Also warum brauchen autistische Menschen unbedingt solche Strukturen und sind auch immer sehr bemüht, sich diese selber zu erschaffen? Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass autistische Menschen tatsächlich relativ oft, so wird es mir von ihnen auf jeden Fall berichtet, ein Problem damit haben, so ein Gefühl für Zeit und zeitliche Abläufe zu entwickeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einem neurotypischen Menschen sage, morgen treffen wir uns für eine Stunde, dann wissen die vom Gefühl her relativ klar, was ich meine. Natürlich muss man da differenzieren. Man kann natürlich klar rein sachlich auf der Uhr lesen, wie lange eine Stunde ist. Das machen autistische Menschen natürlich auch. Also sie wissen auch, wann eine Stunde zu Ende ist, insofern sie die Uhr lesen können. Und das können sie ja in der Regel. Und die andere Geschichte ist aber dieses Gefühl. Also dass der Bauch fühlt, wie lange eine Stunde dauert oder wie lange anderthalb Stunden dauern, das ist etwas, womit autistische Menschen manchmal Probleme haben. Und das können neurotypische Menschen ganz gut, also es hängt natürlich auch von den Faktoren ab, wie mache ich gerade was, was mir besonders viel Spaß macht. Dann vergeht die Zeit, wie man ja so schön sagt, im Fluge oder etwas langweilt mich ganz außergewöhnlich stark. Dann kann es sein, dass dann die Zeit noch länger vorkommt. Aber grundsätzlich gibt es so ein Bauchgefühl aus dem Inneren, wie lange eine Stunde ist. So und autistische Menschen haben dieses Bauchgefühl halt manchmal nicht. Und dementsprechend freuen sie sich, wenn sie es schaffen, sich einfach klar zu strukturieren, auf Grundlage eines Plans, der gut funktioniert. Hier gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man das mit dem Handy natürlich ganz gut machen. Für Kinder bietet es sich zum Beispiel auch an, Strukturpläne so auf Grundlage von Piktogrammen zu machen, also die quasi einzusetzen, damit die Kinder an Bildern, ohne zum Beispiel lesen können zu müssen, ganz genau wissen, was liegt heute an und was in welcher Reihenfolge. Und dann hilft es den Kindern, viel entspannter durch den Tag zu kommen. Und sie kommen gar nicht erst in die Anspannung, die es dann nötig macht, noch viel mehr Akutstereotypien einzusetzen, um sich zu regulieren. Sondern es gibt schon so etwas wie eine Grundentspanntheit, die durch diese Sicherheit und durch die Vorhersehbarkeit und durch die Nachvollziehbarkeit entsteht. Und deswegen ganz wichtig, autistische Menschen sehr, sehr ungern in ihren Strukturen unterbrechen, denn das sorgt für Irritationen und das ist wirklich sehr unangenehm für betroffene Menschen. Und das heißt, wenn man sagt, hier ist der Plan, dann sollte man auch versuchen, diesem verlässlich zu folgen. Und sollte das mal nicht sein, weil zum Beispiel in der Kita gesagt wird, heute ist Waldschutzhergang und dann ist ein Gewitter und man darf nicht in den Wald, dann muss man das halt auch einmal erklären. Denn autistische Menschen können mit inhaltlichen Erklärungen ganz gut umgehen, verstehen dann auch, also quasi durch Einsicht in die Situation, dass das halt jetzt auch gewisse Gefahrenpotenziale hätte, im Gewitter zum Beispiel in den Wald zu gehen. Und dann können sie auch besser damit klarkommen, dass von diesem Plan abgewichen wird. Aber am allerbesten ist es, diese Alternative, eine Alternativmöglichkeit im Vorfeld schon mal zu besprechen und zu sagen, naja, wir haben ja gesagt, heute gehen wir in den Wald. Und du weißt ja auch, wenn wir nicht in den Wald gehen können, weil es gerade blitzt und stürmt, dann machen wir stattdessen das oder dieses hier. Und das ist ganz wichtig, dass es hier vielleicht auch so Alternativpläne gibt. Ja, also grundsätzlich für alle hier Außenstehenden schon mal nochmal zu bemerken, ganz wichtig, denkt dran, Strukturen sind wichtig und versucht auch diese verlässlich dann den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und dann ist es wieder etwas, was dir miteinander sehr, sehr zugute kommt. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.